Er ist im Namen Alaa Ibrahim. Er kommt aus Ägypten. Er ist für die Hockeysport. Und er ist froh, dass es in Österreich sein wird und die lieben Österreicher unter dem ganzen Welt. Die haben jetzt eine Tour in Schlossberg zum Anschauen und ein bisschen in die Innenstadt zum Spazieren gehen. Und er hat so eine Freude, dass er wieder einmal mit dem ganzen Team hier zusammen sein wird.